Ich habe nach meiner Schule, nach meinem Abitur eine Ausbildung angefangen im Krankenhaus als Gesundheits- und Krankenpfleger und habe gemerkt, wo ich das erste Mal auf der Station war und ein Notfall reinkam, da musste ich laufen. So eine Dame, die hatte einen Herzinfarkt bekommen und ich musste den Notfallwagen holen. Und wo ich dann wieder ins Patientenzimmer reinkam, habe ich gemerkt, ich bin klitschnass geschwitzt und ich wollte eigentlich nie wieder, dass eine Frau oder ein Mann warten muss wegen mir, weil ich einfach so langsam war und mich nicht so schnell bewegen konnte. Und da ist bei mir so der Groschen gefallen und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt nehme ich ab. Wie ich zu Les Mills gekommen bin, damals habe ich 50 Kilo mehr gewogen und wurde in der Schule auch gemobbt. Also ich wurde wirklich immer ausgegrenzt und Florian der Dicke genannt und so. Und deshalb habe ich mich entschieden, dann Sport zu machen, bin in die Bodypump-Kurse gegangen und habe eben so viel abgenommen. Und ich fühle mich einfach besser, motivierter, selbstbewusster. Ich bin einfach ein ganz anderer Mensch geworden. Ich habe mein Hobby zu Beruf gemacht. Dann kam ich zu Les Mills und hatte super Gefallen an Bodypump und bin Instructor geworden. Les Mills konnte mich in meiner Zeit während meiner Ausbildung super begleiten. Ich fand das gut, Leute zu motivieren, auf der Bühne zu stehen und das Ziel, was sie im Auge haben, dann zu verfolgen. Da ich den Leuten ein Lachen mitgeben kann in den Alltag, wenn sie zur Arbeit müssen, vorher schon Sport gemacht haben und einfach ausgepowert, aber trotzdem glücklich dann in den Tag morgens starten können. Das ist so meine Botschaft immer an die Leute. Wie Les Mills in mein Leben passt, eigentlich super. Ich bin dualer Sportstudent. Ich habe wenig Zeit, Choreografien mehr auszudenken. Und Les Mills ist einfach so praktisch und so cool und gibt mir alle drei Monate eine neue Choreografie vor. Ich kann mit den Tools arbeiten. Ich kann sie super schnell im Auto lernen, muss nur noch die Musik einwerfen. Les Mills lässt sich bei mir ins Leben wunderbar integrieren. Ich arbeite im Fitnessstudio, habe täglich Bodypump Classes. Mein Traum ist es bei Les Mills, einfach die Leute erstmal zu motivieren. Was ich jemandem raten würde, der überlegt, eine Les Mills Ausbildung zu machen, würde ich sagen, da gibt es eigentlich gar nicht lange zu überlegen. Er soll es sofort machen, weil diese Energie und Motivation und Fitnessgedanken, die er da weiter verbreiten kann an seine Freunde, an seine Mitglieder oder an seine Kursteilnehmer, ist einfach unfassbar. Also nicht lange überlegen, sofort machen und sagen, hey, komm, ich will helfen.